Dies ist mehr ein Kongress, wo Freundinnen aus dem Ausland haben. Eine große Party, ansonsten passiert mir jetzt jeden Tag. Atomal? Atomal jeden Tag? Jeden Tag. Das heißt, das praktische Leben, was heißt das? Es ist gefährlich. Atomalisten sind verrückt. Das ist nicht so einfach. Ich wade jeden Atomalisten. Atomalist? Ist das sowas wie Anarchist, Kommunist, Kapitalist, Künstlerist, Sozialdemokratist? Könnte ich nicht sagen. Was ist Atomalist? Was ist das für ein Leben? Atomalleben bedeutet...